Herzlich Willkommen bei Tumpfis Kanal. Ein Informationsvideo für euch. Ich und Gimbli werden diesen Samstag, den 18. Februar, so gegen 17 Uhr unseren ersten Livestream auf Tumpfis Kanal starten. Ich hoffe ihr seid dabei. Schaut zu, schreibt dann in die Kommentare, in den Chatverlauf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt etc. Das Stream wird so ca. 1-2 Stunden dauern. Kommt darauf an wie das ganze läuft. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.